Ja, wir haben unglaublich schlecht angefangen und dann von dann an wir haben gekämpft und wir sollten gegen diese Mannschaft definitiv die erste Satz gewinnen. Aber nachher, wir haben uns einen mentalen Startpunkt gezeigt und wir haben den zweiten Satz vereinfacht gewonnen. Der dritte Satz, diese Schiedslungsentscheidung, ich denke, das war die richtige Entscheidung. Es sollte nicht sechs Minuten bleiben, aber nachher, wir müssen besser sein in diesem Moment. Wir müssen weiterspielen und unseren Kopf halten, glaube ich. Und ja, dann von dann an, es war unser Spiel. Vierter Zuspieler hier am Pujol hat ja viel Internet gequatscht und der große Dägen auch von Polen hat sie mit dem Finger ihm gesagt und das machte ihm heiß. Nachher hat er einfach nur Wahnsinn gespielt und sie haben von dann an unglaublich schlecht gespielt und ja, sie haben uns die Stürmer gegeben und wir haben es in zwei Hände genommen. Ja, diese Unterstützung ist immer für uns unglaublich gut. Ja, zu Hause, wir waren in den letzten paar Tagen, für mich in den letzten sieben Jahren. Ja, die Unterstützung ist einfach nur geil und ja, es ist ja, und wir sind zu Hause, wir sind, wir sind die beste Mannschaft in der Welt anschlagen. Ja, wir waren vor dem Spiel, wir wussten, dass wir müssen gewinnen, dieses Spiel und wir wussten auch nicht, wenn es gegen Funksätze geht, die Sätze müssen auch in unsere Richtung gehen, so nachdem, ja, diese Sätze sind ein bisschen traurig zusammen, aber wir sind ein bisschen, ja, gesprochen, wir haben ein bisschen gesprochen und ja, wir waren zusammen, die ganze Zeit und ja, wie ich schon gesagt habe, das, ja, es war unsere Mentalanstaltung und jetzt, wir kommen in die Zukunft denken und diese, ja, selbstbewusst benutzen in der Bundesliga, in der nächsten Runde Champions League und ja, unsere Ziele sind einfach klar, dass wir wollen in der Final Four Champions League sein und ja, wieder die deutsche Meister sein. Wir müssen ja alle Bundesliga-Mannschaften schlagen und wir wissen, ja, es wird nicht einfach sein und wir müssen ja, echt viel arbeiten zusammen im Training und in den Spielen, aber es muss ja, einfach nur alle zuschauen und das, ja, danken, die Unterstützung war einfach nur großartig und ja, ich bin echt glücklich, dass, ja, wir sind echt glücklich, dass wir hier in Berlin spielen können mit so einer Stimmung. Einemann hotter!